Hüch! juin, juin, juin! conquered Deuse Deuse, okay und herzlich willkommen bei ice cream 5 das kann jetzt sehr schnell raus' und ja kam ja vorweille trailer jetzt endlich halb fünft und ad beautiful vielen vielen dank an die entwickler bin schon gespannt gerat die glatten hoch, intro las ma mal an wir geh denn mal auf ein schauen wir uns mal den ganzen Spaß an hier beim vierten teil sind wir ja noch gfl0h risking Januar 83. Er ist gut. Genau, das knüpft direkt an Ice Cream 4 an. Anscheinend ist das Ganze doch ein bisschen größer, als wir dachten. Find einen Weg, mit Jay zu kommunizieren und deine Freunde wiederzutragen. Okay, okay. Jetzt lassen wir uns das Ganze mal anschauen. Haben wir hier. Kontrollraum. Ah. Okay, ich sehe schon. Da brauchen wir was, dass wir da reinkommen. Ist hier jemand? Hoffentlich nicht. Wo ich hier? Wo ich hier? Was denn? Mach mal ne entladene Batterie. Warte mal, warte mal. Die Ödredge nehme ich mal mit. Weil Reason. Also. Oh, da geht's rauf. Warte mal. Da geht's rauf. Oh, die Musik ist. Die ist cool. Was haben wir hier? Ne Metallst... Kalsch... Nein! Da ist jemand. Ich kletter hoch. Wasserkraft. Ah! Da ist das ein großer Bereich hier. Äh. Ähm. Äh, lül? Bin ich hier glaub' nicht jetzt. Mikrowellenofen. Genau, kann man den einfach mitnehmen. Okay. Ja, kann man so machen, ne? Hier. Ein Stück Holz. Okay. 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 Treppen. Was ist hier oben? Elektronisch verschlossen. Was ist das? Baupläne. Was? Warte mal. Lass mich mal das... Bomm. Baupläne für eine Mikrowellenpistole. Ah, dann brauchst du wahrscheinlich... Die Mikrowelle muss irgendwie aufladen. Hier kann ich nichts tun. Oh, lol. Ich habe das gefunden für die Batterie. Die nehmen wir da hin. Schau was? Das ist doch ein großer Bereich. Zack. Ja, Batterie wird geladen. Also, wirst du sagen... Ja, die Mikrowellenofen, theoretisch. Eins von drei. Oh, oh. Da ist einer. Also, eins von drei. Das heißt... Mikrowellenofen. Und was noch? Mann, lol. Da komme ich nicht rein. Äh, das ist ein großer Bereich. Hi. Das interessiert sich gar nicht für mich, weißt du. Okay, hier ist nichts. Wirken in... Oh, wenn... Was? Activate Waste System. Mach mal. Aktivier mal alles, was geht. Ball Reason. Richtig. Geheimnisvolles Schließfach. Es wurde mit einem Schlüssel abgeschlossen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall... ...ausschauen, dass wir einen Schlüssel finden. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Aber... Wo ist Rod? Der ist irgendwie gar nicht da, weißt du. Hi. Ähm, hi. Gut, wir wissen, dass die... Ein... Äh, Loi, Kühlschrank. Loi! Einfach ein Kühlschrank. Was ist hier? Ich komme von hier nicht ran. Irgendwas ist da. Muss ich wahrscheinlich später schauen. Wo ist Rod? Wo? Hä? Oh. Hüiihihi. Da ist er, da ist er, da ist er. Okay. Jo, passt schon. Jo, 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 jo. Geh, geh, geh. Äh. Oh, toll. Gehen. Ja, ja, ich... Hä? Nein. Hüiihihi. Ach, da ist der Ofen rum. Also, die Mikrowelle. Äh, ein Stück Holz. Nicht sicher, ob ich dafür das Holz brauche. Guck ich hier. Ah ja, lol. Guck ich da hin. Ich kühe. Ich kühe. Ähm. Oh, lol. Wiss ich sagen, komme ich nicht durch. Okay. Das ist schade. Hier was? Ja, das war so blöd, der macht das. Ich bin da nicht weggekommen. Noch zwei Versuche, was eh die Fabrik schließt. Okay. Okay. Ach. Was? Okay. Jetzt, äh, jetzt sind wir da, wo ich ein... Äh, wo ich dachte, okay, wir kommen jetzt da rein. Andere Frage ist, wie komme ich hier raus? Warte, schieben. Ach, das war das. Okay, ja, jetzt habe ich es kapiert. Nur das Problem ist, wenn ich hier rein, äh, kriege ich, dann habe ich ein Problemchen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen im Bilde hier. Also, du hast schon einiges, was du wahrscheinlich hier machen musst. Blup. Da könnte ich wieder runter, wenn ich will. In der Hoffnung, Rod kommt jetzt nicht her. Ja, oben war mit. Ich will jetzt nicht schon wieder Alarm schlagen lassen. Das war blöd. Oh, jetzt Kolosch drauf. Geh mal noch mal runter. Boing. Was könnte ich im Maschinenraum machen? Hier aufmachen, zum Beispiel. Hallo, ich habe ich doch schon auf. Nein. 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 Nein, 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 nein. So, blub, blub. Ja, blub, blub. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Also, was ich... Oh, Gott. Es ist heiß, du kannst nicht durch, während Dampf ausgestoßen wird. Okay, dann müssen wir irgendwie das... Den Dampfwissen ablassen. Nur wie? Hier sind gefühlt zig Milliarden Wege. Ach ja, lol. Das ist toll, jetzt bin ich wieder am Anfang gelandet. Das ist schlau. Kontrollraum. Ja, und da komme ich nicht rein. Da brauche ich genau... Wahrscheinlich drei Ventile. Okay. Soweit, so gut. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt heute komme. Aber wir tun unser Bestes. Blub, 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 blub. Ich frage mir nur, was das Gerät ist, was ich da habe. Ich habe keine Ahnung. Hi. Mini Rods. Düt, düt, düt. Oh, oh. Achso. Zeit, ich dachte, Rod kommt her. Aber Rod ist hier nicht so an sich unterwegs. Wahrscheinlich nur, wenn der Alarm geschlagen wird. Dann taucht er irgendwie richtig auf. Woher glaube ich das nur. Das ist wahrscheinlich nur... Denken von mir jetzt. Der Maschee wahrscheinlich trotzdem hier rum. Okay. Okay, hier ist nichts von der Presse. Ich würde gerne da rein. Achso, da geht es wieder. Ja. Nix. Da fehlen mir noch zwei Teile. Also... Die Mikrowelle? Ja, hi. Das war schlau. Das war schlau. Ich weiß noch nicht, wo der jetzt antanzelt. Keine Ahnung. Was ist hier? Was? Was? Ich darf erst drücken, wenn der Elektromagnet bereit ist. Was? Ach, lol. Da, dann die Metallstange. Okay. Die Metallstange war unten. Warte. Gottes Wim, wo war die Metallstange? Nein, die war hier. Irgendwo hier unten. Die war nicht bei ihm, glaube ich. Hier. Hier ist die Metallstange. Warte, dann gehen wir noch mal schnell hinauf. Oh Gott, wo geht es denn irgendwie wieder zurück? Das ist ein Irrgarten, ist das? Äh, lol. Was ist das? Äh, lol. Warte mal, warte mal, warte mal. What dat? Wähle den gewünschten Abfalldienst. Was? Oh, Leute, du kannst Characterswapping machen hier. Lol. Okay, das ist ziemlich sweet. Ja. Okay, das ist ein ziemlich geiles Feature. Du kannst mit zwei Charakteren da, äh, du kannst zwei Charaktere steuern. Das ist ziemlich voll Eisbehälter. Okay, was haben wir jetzt mal alles? Da sehe ich jemanden her marschieren. Oder auch nicht. Ah! Ja. Ist ja schon mal für 60 Sekunden weg. Okay, hier ist. Ja, wahrscheinlich zur Laufnahmearbeiten vom letzten Mal. Geht der Pizzi eigentlich noch? Ah, schade. Der geht nicht mehr. Lol. Das ist ziemlich cool, hey. Nee, da war ich gerade. Also, das Rott hier bestimmt ab. Ach, da kommst du nicht mehr hin. Okay. Da ist ein Controller. Also, du kannst dann da immer wieder wechseln. Ui. Äh! Ah, das war jetzt blöd. Ah, das war jetzt blöd. Und ich wette, der ist irgendwo da hinten. Die Tür ist elektronisch verschlossen. Super, klasse. Ja, ich wusste es doch, dass er da ist. Ja, ja, komm ruhig drauf. Ah, hm. So. Was jetzt eigentlich blöd ist... Oh, lass uns türen. Ja, das war jetzt ein little bit blöd. I think. Das war... Ohohoho. Da ist er, da ist er, ausgewickelt. Tschüss. Was? Was war ich, die Tür griff? Ich hab keine Ahnung. Alter, geht's nicht. Mülltipp? Was? Lolls! Ich kann den Müllkopf... Was? Doink. Warte mal. Geht das? Tui, lol. Also kannst du... Ach, du kannst den ablenken dann in der Zeit, oder was? Ja, ja, du kannst den ablenken. Ah, da unten habe ich Rachen gesehen. Okay, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, ich weiß nicht, es kann sein, dass er mich nicht sonst sieht. Machen wir mal, machen wir mal Vorspulen. Was bist du? Boah, was bist du für einer grad? Okay, ja, ja, ich habe jetzt bewusst das in Kauf genommen, dass Alarm geschlagen wird. Voller Absicht. Lol. Also irgendwas müssen wir hier in der Mülldeponie auch machen. Definitiv. Marshmallow. Eins von zehn Gessen. Nice. Aber da würde ich sagen, dass es hier erstmal gut sei mit Ice Cream 5. Jetzt haben wir ein bisschen was gesehen. Ich bin echt spannend, wo Windows die Reise da im fünften Teil führt. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und man sieht es in dem nächsten Video wieder. Macht's gut.